Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Danny und wir feiern bald Maxims Geburtstag, nämlich genau in zwei Tagen. Das Problem ist, wenn man auf dem Montag Geburtstag hat, kann man auf dem Sonntag nicht mehr sehr viel machen. Das heißt, ich muss heute etwas abholen, nämlich Maxims Geschenk. Ich habe monatelang von ihm nicht erfahren, was er sich wünscht. Und dann habe ich so eigentlich vorgestern erfahren, was er jetzt doch ganz gerne hätte. Und das habe ich jetzt bestellt, das ist heute auch schon da und das hole ich jetzt ab. Deswegen sitze ich im Auto, bin aber schon geparkt und werde jetzt dieses Geschenk abholen. In den letzten Monaten eigentlich habe ich wirklich die City gemieden, aber jetzt gibt es keinen drumherum und ich muss in den Weihnachtsstress. Auf den Samstag! Okay, ich bin ein Verbrecher. Ich hatte kein Kleingeld für die Parkur und muss mich jetzt beeilen. Das ist doch furchtbar. Ich wollte mit 15 Stücken zahlen, ging aber nicht. Das ist genauso der Stress, den ich eigentlich vermeiden will. Aber was soll man machen? Ich habe halt einfach kein Geld dabei. Ich bin eine arme Küche raus. Ich glaube, ich muss auch gar nicht so weit laufen, um das Geschenk abzuholen. So, ich habe alles bekommen. Der Vorteil dieser Maske ist ja, dass es im Gesicht wirklich warm ist. Ich habe alles bekommen. Jetzt gehe ich zurück zum Auto und hoffe, dass ich keinen Strafzettel habe. Wie lange war ich ungefähr unterwegs? Ich glaube nur eine Stunde. Ich wollte im Kaufhaus filmen, aber es war so voll. Glück gehabt. Kein Strafzettel. Jetzt geht es nach Hause und dann muss ich mal mit dem Thema Kuchen backen auseinandersetzen. Das kann ich nämlich nicht so gut. So Freunde, ich bin zurück zu Hause und jetzt geht es weiter. Wir müssen nämlich Maxims Geburtstagskuchen backen. Und da habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Ich werde diesmal eine Vanillecreme Kuchentorte mit Butterkeksstücken für Maxim machen. Das ist mal was ganz anderes. Er hat mir gesagt, er würde ungern Schokolade haben. Er würde ungern was mit Bananen haben. Alles sehr kompliziert. Aber jetzt werde ich da was Neues machen. Für den Grundteig werde ich hier die Butter schmelzen, mit Gebäckprümeln verrührt und das dann in die Schale machen. Und dann kommt die Vanillecreme drauf. So ist ja planmäßig, wie es wird. Aber guckt mal, wie schön die Butter schon zerläuft. Wow. Das ist schon der fertige Boden. Der kommt jetzt erstmal in den Kühlschrank. Der muss jetzt abkühlen. Und in der Zwischenzeit kann ich die Vanillecreme vorbereiten. So Freunde, inzwischen ist der Boden fest geworden. Und jetzt muss ich quasi diese Vanillecreme zubereiten. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt bin ich ganz gespannt, wie das wird. So, ich bin jetzt gerade dabei, die Vanillecreme ein bisschen zu verstreichen. Nur ich habe gemerkt, dass es viel zu wenig ist. Also ich habe, der Kuchen ist vielleicht 0,3 cm dick. Scheiße. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Geburtstag. Der Kuchen ist nichts geworden. Der ist so, der ist platt wie eine Flunder. Ich zeige euch das mal. Also von oben sieht es super aus. Scheiße. Oh nein. Fünf Minuten später. Naja, es kam ja vom Herzen. Hallo Geburtstagskind. Guten Morgen. Wollen wir nicht über diesen Kuchen reden? War der leckerste Kuchen überhaupt. Ja, aber sah wirklich platt aus. Vor allem das größte Problem war ja, das war zum Schluss diese blaue Lebensmittelfarbe. Ich dachte, es wären Zuckergussstifte. Und als ich das aufgetragen habe, habe ich mich schon gewundert, irgendwie sieht das flüssig aus. Jetzt haben die beide total den blauen Mund, weil es war Lebensmittelfarbe. Ein bisschen, ja. Aber es ist super, super lecker gewesen. Ich habe es dann abgekratzt. Ja. Ja. Happy Birthday, 25 Jahre. Hast du dich über dein Geschenk gefreut? Darüber habe ich mich riesig gefreut. Weil ich gucke ja auch manchmal Reviews zu Produkten. Aber ich habe noch nie in meinem Leben Reviews zu einem Duft geguckt, weil ich mich nicht dafür entscheiden konnte. Und dann hat er mir den einfach geschickt. Da freue ich mich sehr drüber. Die Zuschauer wissen noch gar nicht, was du bekommen hast. Freunde, ich bin ja eigentlich Fan von so Duft-Dupes. Aber von manchen Düften gibt es das nicht oder da lohnt sich das nicht, einen Duft-Dupes zu haben. Und das ist das Neue von Tom Ford. Das ist Bitter Peach. Es riecht einfach. Ich habe es einmal gerochen und ich war sofort hin und weg. Ich wusste, das ist mein Duft. Schon schön. Schön, ne? Ja. Und das stelle ich nämlich direkt neben den anderen. Und jetzt habe ich dann die Sammlung irgendwann. Und dann habe ich dir noch was geschenkt. Ja, für schlechte Zeiten. Ein Feigling. Ob das alles hier zu überleben. Welche Nummer ist drauf? Das weiß ich nicht. Die Füße. Und es gab auch noch Blumen. Ja, man muss halt dazu sagen, es war, also ich bin sehr, sehr enttäuscht von mir selbst. Dieser Kuchen hat so gar nicht das erwartet, oder getroffen, was ich erwartet habe. Hat so gar nicht das getroffen, was ich erwartet habe. Aber ihr seht, er ist ja schon zur Hälfte weg. Also so schlecht kann er nicht gewesen sein. Er war wirklich lecker. Aber die Hälfte von wenig ist auch nicht viel im Mund. True. Aber er war gut. Ich glaube, den Essen macht noch auf. Guten Appetit. So, im Nachhinein fallen mir halt ganz viele Dinge ein, die ich falsch gemacht habe. Ja, aber halt erst danach. Vorher war ich davon überzeugt, dass es ein richtig guter Kuchen wird. Aber er war mit so viel Liebe und vom Herzen. Wehe, schreibt jemand in die Kommentare irgendwas Böses. Es ist nämlich Maxims Geburtstag. Also seid lieb. Ja, wenn ihr denkt, dass Maxims Geburtstag entspannt zu sich geht, dann irrt ihr euch. Denn wir sind nämlich jetzt schon wieder zu Maxim zurückgefahren. Hello. Maxim macht sich nämlich gerade fertig. Denn jetzt steht das Familienfrühstück mit der lieben Familie an, nachdem wir den Kuchen erst mal verdaut haben. Der war nicht so gut, oder? Der war total süß. Ja, süß ist ja nicht gut. Und süß war ja auch nur die Puddingmasse. Was habe ich denn da falsch gemacht? Ja, ich weiß es nicht. Ich müsste dabei gewesen sein, aber ich werde es jetzt sicher nicht im Video sehen. Nee, man sieht gar nicht so viel. Weil ich kann ja nicht filmen und backen gleichzeitig. Ich brauche ja eine Kamerafrau dafür. Freust du dich schon auf Familienfrühstück? Ja, ich habe ganz schön Hunger. Was hast du dir denn gewünscht? Luft und Liebe. Hättest du mal das hier von mir gewünscht? Ich habe eine Menge Luft. Das ist ganz schnell das Licht. Komm mal her, Geburtstagskind. Du hast heute mich gar nicht... Hallo. Warte. In diesem Video ist die Kamera so oft schmutzig. Na, wie ist denn dein Geburtstag bis jetzt? War schön. Das ist wie ein Speck gekniffen. War schön. Ja? Ja. Aber es ist ja nicht so viel los mit Geburtstag. Nee, aber das ist ja auch mein... Mein Gott, ich bin ja eh nicht so die Party raus. Das stimmt. Für Geburtstagspartys. Ich fand das immer anstrengend früher. Ich liebe Geburtstagpartys. Ja. Nein, war schön. Wir waren frühstücken bei meiner Familie drüben. Dann waren wir wieder hier. Dann sind wir nochmal kurz in die Stadt gefahren. Ich wollte nochmal ein paar Sachen kaufen. Hat er auch gemacht? Hab ich auch gemacht. Ich war in dem Lego-Shop. Aber hast du es gekauft, ne? Nee, ich gucke ja immer nur weg den kleinen Danny in mir. Ja. Und dann sagt der andere Danny zum kleinen Danny, das könntest du dir noch so hinstellen. Ja. Ich finde die Sachen auch total cool. Und teilweise sind die wirklich so riesengroß, ne? Das ist schwierig, wenn die nur in den Köln zu stellen. Ja. Ja. Nein, war wirklich schön. Wir sind hier zu Hause angekommen. Waren noch bei der Post. Und da haben wir noch ein paar Sachen erledigt. Jetzt sind wir zu Hause. Machen wir uns einen gemütlichen Nachmittag. Es ist ja auch erst 16 Uhr. Aber ich bin da und im Wälder da. Wir sind, also ich bin um vier aufgestanden. Du um fünf. War gut. War gut. Aber was nicht so gut war, war der Kuchen. Der war süß. Das war mir der nächste Geburtstagsbruch. Das ist die Schande des Videos. Ich möchte nicht wissen, wie viele böse Kommentare ich zu dem Kuchen unter diesem Video habe. Das glaube ich nicht. Nee, aber ich habe andere Qualität außer Kuchen backen. Das stimmt. Nein, da habe ich mich trotzdem sehr gefreut. Und es war ein sehr erfolgreicher Tag. Und ich, mein Gott, das ist halt auch einfach in meiner Ausnahmesituation. Nächstes Jahr sind wir woanders zum Geburtstag. Essen wir denn noch den Kuchen, den deine Mutti gebacken hat? Ich glaube nicht. Den können wir noch drei Wochen lang aufheben. Wieso? Weil er drei Wochen hält. Weil der ist nicht selber gebacken, ne? Nee, der ist nicht selber gebacken, aber der ist bestellt. Der ist ganz personalisiert. Das ist ja sehr persönlich. Können wir den essen? Könnte man. Willst du nicht? Willst du ihn dir hinstellen und angucken? Ja. Wir müssen heute aber noch was im Abendbrot essen. Ja, dann mach gleich Abendessen für uns. Das kann ja ich heute übernehmen. Lieber nicht. Und bereite das vor. Das muss er so ein bisschen durchziehen. Willst du den Zuschauern auch erzählen, was du so alles für Geschenke bekommen hast? Also, von Danny habe ich den Wunsch bekommen, den ich haben wollte. Das zeige ich euch auch die Tage bei Instagram. Vielleicht habe ich es euch auch schon gezeigt. Weil ich hätte mir das selber wahrscheinlich nicht gekauft, weil ich da viel zu geizig gewesen wäre. Und Danny hat zugehört, war aufmerksam und hat es mir geschenkt. Da habe ich mich sehr gefreut. Das war ein Parfüm von Tom Ford. Das Pfirsichparfüm. Ich rieche wie ein kleiner, bitterer Pfirsich. Dann habe ich von Danny den Kuchen bekommen und ein paar schönes Blümchen. Und dann, ja, dann habe ich den Pulli bekommen von meiner Mama. Ein Duschvorhang, ein Kuchen, ein anderes Parfüm, was ich auch gerne gehabt habe. Dann habe ich ein bisschen Geld bekommen von meiner Oma, von meinem Opa. Ein 50 Euro Aldi-Einkaufsgutschein. Viel wert heutzutage. Das ist das moderne Bargeld. Das ist super. Du, ich gehe da ja eh gefühlt jeden Tag hin und da freue ich mich. Das hat da wenigstens, da hat ja, da hat jemand mal mitgedacht. An Geschenke waren doof, der 50 Jahre alt war super. Nein, aber das ist ja etwas, was eine logische Geschenkfolge ist. Ja. Ja, da habe ich mich gefreut. Kannst du auch weiterverkaufen. Da habe ich mir noch selber Geschenke gemacht heute. Zeig mal eins. Eins habe ich hier. Das Armband. Das obere, ne? Das obere. Möchtest du sagen, was das für ein Armband ist? Nein, das sage ich nicht. Und? Ein Regen. Aber es sind keine echten Diamanten. Das kann man ja an dieser Stelle sagen. Nein, sind es nicht. Aber, äh, war von Swarovski. Schönes Swarovski-Arbeit, ja. Das fand ich ganz schön. Und ich hatte einen Anrufs gesehen gestern, vorgestern auf der Webseite. Und bei mir ist das Problem, wenn ich etwas haben will, dann will ich es auch haben. Aber mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich gucke mir die Sachen erstmal selber persönlich an. Und ich bin wie erwachsen geworden. Ja, naja, weil, ganz ehrlich, das Geld, das sind ja nicht zwei Euro, sondern das sollte dann auch schon wohl überlegt sein. Und ich hasse es, Sachen zurückschicken zu müssen. Ist deine Zunge noch blau? Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich mich darüber sehr gefreut. Und jetzt, ja. Jetzt machen wir uns noch einen schönen, bunten Abend. Einen bunten Abend? Ja. Was mit Tanz und Musik. Ja, Bauchtanz. Ja. Ja, das freut mich. Wir sind in freudiger Erwartung. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Restmittwoch. Danke. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Hier kommt öfter mal was Neues. Und dann ist ja auch schon bald Weihnachten. Krass. Zum Thema FaceArt haben wir ja schon sehr viel gesagt. Aktuell aufgrund von Corona und der verlängerten Lieferzeit kann es halt ein bisschen dauern, bis wir es versenden können. Ich denke mal, am 21. spätestens können wir es versenden. Bis alles raus haben. Wir haben alles gegeben, was wir können. Alles ist fertig. Wir warten nur noch auf die Produkte. Wir haben die letzten Tage, Nächte lang gesessen und Briefe frankiert. Das war alles per Hand. Alles selbst von uns. Wir sind eine Manufaktur, Freunde. Wir sagen jetzt Tschüss. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und bis bald. Tschüss.